Diesem Video hier möchte ich alle, also alle anreden, auch alle, die mich abonniert haben und auch alle, die mich noch nicht abonniert haben. Und zwar, ich mach meine Videos nicht nur, um andere zu unterhalten, sondern auch, um Abonnenten zu kriegen, aber bisher habe ich 22 Abonnenten. Und zwar am, heute ist der 31.7., ne, 6., 31.6. gibt's gar nicht, 31. Juli, aber ich will, ich habe schon 125 Videos. 125 Videos, aber mein Ziel ist es, warum ich überhaupt meine Videos jetzt mache, mehr Abonnenten als Videos will ich dann haben. Das ist mein Ziel, mehr Abonnenten als Videos. Ich habe damit ja nur 22 Abonnenten und 125 Videos. Und im Hintergrund werden jetzt auch insgesamt schon wieder, werden wieder über 20 Videos hochgeladen, das ist ein neuer Rekord. Ich lade 20 Candy Crush Videos hintereinander hoch. Das wird bestimmt dann auffallen, aber ich... Meine Themen sind Wetter, Schach, Mario Kart, Minecraft, Universa Sandbox und Kenny Quash natürlich. Wenn ich so viele Videos hochlade, dann schreibe ich mal ein bisschen kleiner, die Schriftgröße. Schreibt man hier auf 36. Das sind die 6 Themen, also 6 Hauptthemen, aber wir könnten mir dann schreiben, ob ich zum Beispiel... Auf welchem Thema ich den Schwerpunkt, also Schwerpunkt, also wo ich die meisten Videos hochladen soll. Im Moment ist das ja eher Wetter und Minecraft, und das mit dem 20 Candy Crush Videos ist nur ne Ausnahme. Aber Wetter und Minecraft sind meine Hauptthemen. Eher weniger kommt mit Schach und Mario Kart und auch mit Universe Sandbox kommt auch nicht viel. Candy Crush kommt ja jetzt auch nicht so viel auf einmal. Dann möchte ich euch mal sagen, welches... Schreibt ihr dann in die Kommentare, welches der Themen ihr dann machen wollt. Also welches Thema soll ich dann hochladen und dann schreibt mir auch Tipps, Wie kann ich mehr Abonnenten bekommen? Beziehungsweise Aufbruche? Also ich brauche mehr Abonnenten... Also ich will ja mehr Abonnenten und Aufbruche kriegen. Wie gesagt, ich will mehr Abos als Videos haben. Aber dann, weil damit es eintrifft, müssten mich mehr als 100 Leute abonnieren. Und ich glaube, es stehen mir etwa 500 bis 1000 Abonnenten zu. Und ich will ja, wie gesagt, ja so viele Abonnenten auch haben. Und ich mache ja auch einen... ...Best-Shirt... ...wo... ...ihr ein... ...Video für... ...bestimmt... ...über mir... ...100... ...oder... ...alle... ...100 Videos... ...100... ...200... ...500... ...1000... ...2000... ...und so weiter Abonnenten. Also ich habe jetzt... ...also alle 100 Videos mache ich zum Special und bei... ... solche Special mache ich auch, wenn ich 100, 200, 500, 1000, 2000... ...und so weiter und so fort mache. Und dabei bei den Statist... ... ich mache auch Statistiken bei den... ... bei den Video Special, bei den Abonnenten Special, könnt ihr auch noch in den Kommentaren schreiben, was ich... ...dann jeweils machen soll. ...und ich habe jetzt... ...22... ...müssten wir ja noch... ...78 abonnieren, weil ich dann noch 100 Abonnenten Special kriege. Und das würde mir auch ganz gut tun, weil ich... ...möchte gerne ein paar mehr Aufrufe haben. Ich verdiene ja kein Geld über YouTube. Ich mache das ja auch nur als Hobby immer noch. Und ich werde auch noch erstmal kein Partner werden. Das werde ich vielleicht erst... ...wenn ich vielleicht 2000 Abonnenten habe. Ich werde erst Partner, wenn ich ja so ein paar tausend Abonnenten habe. Wenn sich das bei mir lohnt. Dann lohnt sich das ja noch nicht. Ich habe zu wenig Aufrufe. Also müsst ihr erst mal das dann... ...mich unterstützen. Mehr Aufrufe und... ...ich will auch... ...mehr... ...daumen... ...nach... ...oben... ...haben... ...aber... ...was ich... ...nicht... ...sehen will... ...zeige... ...ich... ...euch... ...jetzt. Und wenn man das... ...ist... ...sit... ...zirka... ...10 Videos... ...von... ...mir... ...und zeige ich das euch mal... ...also bei dem Video ist es nicht... ...und zeige ich das mir bei einem Wolken- und Zeitraffer-Video... ...zum Beispiel... ...da muss ich erstmal... ...meinen Namen wieder eingeben... ...und da habe ich ja so ein Video... ...und zwar hier... ...dieses hier will ich nicht sehen... ...bitte nicht... ...keine Dislikes... ...ich will nur Daumen nach unten... ...und ich bin ja jetzt auch schon da am Gegen vorgehen... ...wenn ich nämlich Dislikes mache... ...dann werde ich pro Dislike eine... ...woche... ...Pause machen... ...und das geht jetzt ab dem 29. Juli... ...ist das ja so geltend... ...obwohl die Bewertung ist ja schon vorher gekommen... ...aber... ...ich will das trotzdem... ...ändern... ...ich will nie wieder Dislikes haben... ...wenn sowas sieht einfach nicht schön aus... ...wenn dann Daumen... ...und ich habe hier hingeschrieben... ...ich hoffe das Video euch gefällt... ...und natürlich Daumen nach unten... ...das will ich nicht haben... ...das ist... ...bei mehreren solchen Videos... ...au bei einem... ...ich habe ja auch noch ein anderes Video... ...was ich dann einfach zeige... ... hier habe ich einen Kanal-Trailer für Nicht-Abonnenten... ...der wird ja nur für Nicht-Abonnenten gezeigt... ...dann muss ich... ...bei Upload habe ich das ja hier... ...ich kann man hier auch... ...hier kann man auch gut suchen... ...Auto... ...das ist ein Outro... ...das sind ein paar Sachen hier bei Outro... ...und dann dieses Outro mit Minecraft... ...das zeigt ihr euch mal kurz das Video... ...dann steht das auch wieder mit... ...bitte keine Dislikes... ...und dann schaut euch einfach das Video mal an... ...das ist ja dieses hier... ...und hier sieht man... ...ebenfalls einen Daumen nach unten... ...was hier stand... ...das Beschreibung... ...in diesem Video... ...ich hoffen das es euch gefällt... ...der nicht schlägt ein anderes Auto vor... ...und da sollt ihr... ...bitte in den Kommentaren... ...das rein... ...ein anderes Auto vorschlagen... ...was der natürlich nicht gemacht hat... ...deswegen... ...gehe jetzt hier auch schon wieder... ...gegen diese Dislikes vor... ...und da steht da... ...Bitte entfernen Sie den Dislike... ...von dem Video... ...machen Sie da runter ein Jaik... ...also... ...der soll den Daumen nach unten wegnehmen... ...und dafür einen Daumen nach oben geben... ...wenn da ein Daumen nach oben... ...und da ein Daumen nach oben... ...und null Daumen nach unten steht... ...und das will ich dann nämlich nicht sehen... ...was ich gerne sehen will ist... ...so was zum Beispiel... ...bei dem Video... ...die sind zwei Daumen nach oben... ...die bei diesem Video sind ja... ...drei Daumen nach oben... ...das will ich gerne sehen... ...da können ruhig noch ein paar mehr kommen... ...Kommentare brauchen wir nicht... ...nur wenn das Video zu schlecht ist... ...sollt ihr dann schreiben... ...was ihr besser kommt... ...und bitte dann... ...keinen Daumen nach unten geben... ...sondern einfach die Wertung unterlassen... ...das mache ich ja auch so... ...und das will ich ja mit dem auch... ...auch sowas... ...das ist auch gut... ...und dann... ...das ist auch Cheater da vorne... ...und wenn sowas hier gut bewertet... ...dann ist das ja ganz gut... ...und... ...was könnte ich denn an meinem Kanal... ...design ändern... ...um... ...hier... ...mit da nicht mehr 22... ...sondern zum Beispiel... ...sagen wir mal... ...1570 erscheint... ...oder vielleicht sogar noch mehr... ...und wenn da so eine Million Aufrufe kommen... ...was ich will ja... ...mehr Abonnenten... ...als Videos haben... ...ich hab ja... ...ich kann ich ja zeigen... ...weil ein Video... ...um zu wissen... ...wieviele Videos man hat... ...ein Video Manager... ...ich hab hier schon... ...127 Videos... ...also ein Video ist grad schon... ...wieder am verarbeiten... ...und da sieht man diese... ...drei Candy Crush Videos... ...die ich hier hochlade... ...die sind jetzt hier alle HD... ...das ist ja... ...ich hab mir... ...die Videos hier alle sind HD... ...aber wenn das hier nicht HD ist... ...und da ist ja auch... ...und da ist ja auch HD... ...also da ist ja auch HD... ...hier sind ja alle Videos hier HD... ...hier sind ja alle Videos HD... ...aber das bringt irgendwie trotzdem hier... ...die sieht man auch ganz schnell im Video Manager... ...was ich ja alles hochgeladen habe... ...und schon... ...zwie viel... ...aber irgendwie sind da einfach zu wenig Aufrufe... ...ich will mehr Aufrufe haben... ...was da... ...was ich da... ...von den Analytics zeigen kann... ...ist... ...ich habe auch... ...zb... ...bis etwa... ...bis in den Dezember hinein... ...keine Abonnentengabe... ...soll ich jetzt sein hier... ...den Zeitraum festlegen... ...ich existiere seit dem... ...15. September 2013... ...ähm... ...diesen Sonntag... ...da bin ich beigetreten... ...und da mache ich bis zum... ...Jahresende... ...Dezember 31... ...übernehmen... ...Abonnenten hatte ich dann 0... ...hätte gerade mal 177 Aufrufe... ...106 Wiedergaben... ...und da hatte ich natürlich noch keine Abonnenten... ...und da steht hier... ...noch keine Bewertung übrigens... ...also die... ...diese Daumen nach oben... ...die kamen alle erst in 9 Jahren... ...ich... ...will aber natürlich mehr... ...Video-Aufrufe haben... ...und zum Beispiel will ich hier... ...nach einem Jahr auch... ...so was sehen... ...423.000 Aufrufe auf meinem Video... ...und was ich damit... ...gerne machen möchte ist... ...für diesen Videos... ...ist es natürlich gut... ...wenn ich viele... ...Aufrufe... ...weil dann kriege ich ja auch... ...wissen mehr Bekanntheit... ...hier sieht man ja auch Abonnenten... ...und... ...das ist ja mein Google-Plus-Kanal... ...also hier... ...dann kann man Link auch... ...auf YouTube gehen... ...wenn ich hier... ...Kanal-Feller zeig auch mal kurz... ...ich möchtest ihr gerne mal... ...meinen Kanal vorstellen... ...weil... ...was stimmt dann nicht... ...weil... ...wenn das stimmt dann nicht... ...und zum meinen Kanal... ...geht jetzt um... ...Wetter... ...vor allem... ...der Schwerpunkt darauf ist... ...wolltenden Zeitraffer-Videos... ...danach geht es auch noch... ...um Schach... ...das ist im Moment eher weniger... ...aber ich hab klar... ...dass ich im Schach... ...letzter beginnen werde... ...dann geht es... ...auch um Mario Kart-Videos... ...von Mario Kart Wii... ...und dann werde ich auch... ...un Moment weniger... ...was vielleicht kommt noch was... ...anfragen... ...und... ...Minecraft... ...setzt... ...Player auf... ...Minecraft... ...dabei... ...mach noch ein paar mehr Videos... ...und ihr könnt unterstützen... ...dass ich... ...mehr Abonnenten kriege... ...und mehr Aufrufe... ...mehr Lars... ...mehr Lists... ...und... ...und das ist erst mal... ...mein Trailer... ...und der... ...hat auch nicht viele Aufrufe... ...jetzt den Aufrufe... ...grad mal erst... ...und ich habe dadurch... ...keinen Abonnenten gewonnen... ...also das hat bisher... ...keinen Erfolg gehabt... ...und deswegen... ...werte ich mit diesem Video... ...euch mal... ...vermotivieren... ...mich zu abonnieren... ...mehr Daumen nach oben zu geben... ...mehr Aufrufe auf jeden Fall... ...gebt zu diesem Video... ...selber Daumen nach oben... ...es gilt... ...das müsst ihr auch... ...auf... ...machen hier... ...liken, teilen, abonnieren... ...bitte keine Dislike... ...weil ich sonst... ...vor Woche... ...eine... ...woche Pause machen würde... ...die habe ich natürlich selber... ...versichtlich bewertet... ...das macht natürlich nichts für mich... ...dann würde ich mal... ...mit dem Video... ...euch mal verabschieden...